Musik 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 Wir waren schon mal in Galicien und es hat uns sehr gut gefallen und deswegen kommen wir wieder und wir lieben die Landschaft und das Essen und ja, deswegen kommen wir nochmal wieder. Musik 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 Sie sind noch nicht mehr Interesse, weil es nicht mehr Tourismus gibt, und dann gibt es noch mehr Möglichkeiten zu kennenlernen. Hier in Galicia ist noch sehr wenig Explorung. Es gibt auch die Einfluss für die Klimawandel. Es ist nicht so gut, dass es in der Südkartig ist. Es ist sehr warm und es ist sehr schrecklich. Das ist ein sehr guter Wettbewerb. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das ist ein ganzes Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Es ist ein Wettbewerb. ...a la hora de elegir un destino turístico. Galicia ofrece un abanico de posibilidades muy amplio. ¿Cuál es el modelo de Galicia? De cara al futuro, no reproducir modelos en función del clima. La presión urbanística aquí en Galicia se está dejando notar ya demasiado. Ya hay muchas corruptelas políticas, demasiadas recalificaciones de terreno. No podemos dejar que la financiación del asuntamiento se deje en mano de las promotoras urbanísticas, inmobiliarias. Entonces hay que tener también en cuenta el tema del calentamiento global. Las previsiones más optimistas dicen que el nivel del mar va a regresar a la línea de costa a 35 metros. No se pueden seguir haciendo diques, espigones, puertos deportivos, que el mar va a acabar con ellos. ¡Gracias! Ich bin bereit, etwas Neues zu probieren. Ich habe gehört von Galicia, ich habe wirklich gut darüber gesprochen. Ich bin wirklich überrascht, es ist ein hidden gem. Beautiful beaches, sehr freundlich Leute, in Kultur, es ist wirklich eine fantastische Freude für jemanden. Ich bin danke.